So Leute, hier sind wir bei Games House aus den Osterferien und ich zeige euch heute das Spiel Minecraft Tower Defense 2. Das habe ich auf Ankommen gefunden und will jetzt einfach mal spielen, eine andere Alternative zu Minecraft. Ja, mal gucken, wie das so läuft hier. Die Musik ist ja schon episch. Adventure Mode, genau. Ja, das ist wohl die ganz normale Minecraft-Benutzungsüberfläche, die man hier sieht. Mit allem, was Minecraft halt so hat. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt hier kommen wird. Ich habe das Spiel nicht getestet. Auf alle Fälle baut sich jetzt hier der Typ aus. See in other houses. Steve starts learning the ropes of Minecraft. Oh. Griefer. Oh. Oh. Griefer. Sie verjagen ihn. Puff. Kommt sogar die Minecraft-Musik. Wow. Weiter kann man hier wo ich machen. Nein. Klar. AIDA-Musik. Er fährt weg. Und jetzt. Ah, jetzt beginnt es hier. First you need to go your path to green. Okay. Joa, press base. Gut, dann beginnen wir hier mal. Ach, ich muss hier draufklicken. Und diesen Weg hier bauen. Aber ich denke, dass ich das hier gleich von Zombies verteidigen muss. Also mache ich mir ganz viele Schleifen rein. Ja. Ja. Reset path. Ah, okay. Vielleicht sollte man das so ein bisschen anders machen. So, 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 so. so 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 nein scheiße noch mal so 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 ich weiß aber sie ist es für durchzeigen okay los geht's gar im kreis am netz okay Ich glaube es geht los Okay Man kann ja wohl nichts freischalten Aber ich war gespannt Ob das hier beginnt gleich Das ist ein bisschen nervig Ah, muss ich diese Dinger bauen Zack Creeper, ihr habt keine Chance Oh, aber hier kann ich so machen Nö, noch nicht Oh, jetzt kann ich hier wieder bauen Creeper Creeper Stirbt Creeper Du 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 Was passiert? Ja, genau, das ist perfekt Continue Mission Es ist die Mission, jetzt geht es hier weiter Hallo Wo ist mein Männchen? Ach, da ist die Ah Kaktus 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 Ah, da kann Kaktus Okay Wundert mich nicht Selber kann man auch als Kaktus setzen Gerne Okay Sie können kommen Wo sind sie? Komm zu, Papi, Papi, Papi Schöne mich Ach, die kommen hier unten, die gemeinten Viecher Und ich denke, die kommen von der anderen Seite Ja, die kommen hier eh nicht durch Ey, ich bitte nicht Speed up Puff Puff Und ja Oh Jetzt bauen wir hier einfach ein paar Kakti hin Auf der Hoffnung Jetzt kommen Wölfe Die laufen wahrscheinlich Ah Die sind nicht ganz so effektiv Die sterben ja direkt Tja Skip wave Komm schon Hau rein, Digga Hallo Ach, jetzt kommen die von der anderen Seite Pff Ah Ah Das muss ich jetzt nicht checken Ja Was war das? Das, warum bin ich gestorben? Ja Ich probiere es einfach nochmal Super Reset Nochmal Zack 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 Das geht Das geht Das geht Das geht Das geht Das geht Ah Ach nee Ja Ich mache einfach hier Cut In dem Spiel Weil ich jetzt überhaupt nicht weiß Wie das Ganze funktioniert Ich glaube ich werde mich da nochmal ein bisschen näher Mitbeschaffen Beschaffen Das glaube ich Mitbeschäftigen Und werde einfach vielleicht nochmal Let's Play machen Aber Ich glaube das ist nicht so lustig Vielleicht auch keins Ja Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Let's Play Mit mir Und Games House Danke